Wir nehmen ein wenig Mehlmischung, dazu etwa 3 Dezis Wasser, Beckel drauf, richtigen Menü und los geht's. So, jetzt schauen wir mal was daraus geworden ist. Jetzt schauen wir hier an, ein wunderschönes Brot ist hier vorne. Wie ist das für den Herdmüll möglich? Wichtig ist, wir haben die richtigen Zutaten drin. Wir haben eine Fachmischung mit Mehl, Salz, Hefe und Wasser drin. Und das Ganze ist eigentlich gut verknettet in dieser Maschine. Und nachdem es ein verknettet war, hat es Zeit gegeben, damit es aufgehen konnte, damit es Luft ins Brot reinkommt. Und nachher hat es noch gebacken. So richtig mit Wärme. So richtig feine Krusten hergegeben hat. So ein schönes, feines Brot entstanden ist. Ich bin überzogen, Christ werden hat auch viel zu einem Brot zu suchen, wie so ein Brot entsteht. Am Anfang braucht es auch verschiedene Zutaten. Es braucht den Menschen. Es braucht eine Sehnsucht und auch ein Sinn des Lebens. Es braucht den Heiligen Geist. Und zusammen kommt, gut verknettet wird das Ganze. Und nachdem braucht es auch mehr in der Regel Zeit, um zu prüfen. Das, was in der Bibel steht, wirklich stimmt. Ob wir das wirklich als Herz reinnehmen können. Nachdem wir diese Zeit gehabt haben und das wirklich als Herz reinnehmen, brauchen wir vor allem viel Wärme vom Vater. So, dass wir auch ein knuspriges Brot werden können. Ein knusprigerer Christ. Und man gerne reinbeissen. Aber entscheidend ist, dass du als Christ jetzt gleich bist ein Brot. Wenn das Brot seine einzige Aufgabe hat, sollte man es isst. Denn als Christ hast du viel mehr Aufgaben. Du kannst die Welt bereichern. Du kannst salzen von der Welt. Du kannst dir aber auch eine Haare geben an den Menschen. Und so wünsche ich dir jetzt einen guten Appetit. Hoffentlich hat es gut gepackt einen Christen. Und ein Ausbrot. Und ein Ausbrot.